Der Nilgott Habi verbindet Ober- und Unterägypten miteinander. Er trägt auf dem Kopf die Lotus- und die Papyrusblüten. Er wurde weiblich und männlich dargestellt. Er hat Brüsten einer Frau. Auf diese Weise stellt er die Fruchtbarkeit dar. Ja, Habi hat keinen eigenen Tempel, weil der Nil von Ägypten überall zu sehen ist. Der Nil mit dem Namen Habi war in ganz Ägypten als Nilgott betrachtet. Habi war verantwortlich für die Nilflut, auch für die Fruchtbarkeit. Der Gott Habi wird nackt dargestellt und hat einen dicken Bauch und hat auch hängende Brüsten. Als Nilgott hat er blaue Hautfarbe. Der Name Habi bedeutet Nilüberschwemmung. So ein Bild sieht man auf vielen Tempeln des Landes. Habi hat als Mann einen Bart. Am Ende möchte ich sagen, ohne den Nil gäbe es kein Leben in Ägypten. Ägypten ist das Geschenk des Nils. Dankeschön. Zum nächsten Mal.